Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute mal wieder Call of Duty 2. Ich komme jetzt wieder etwas länger nicht mehr. Ich habe in letzter Zeit nur Montagen rausgebracht, weil ich irgendwie keinen Bock zum richtigen Aufnehmen hatte. Ich habe zwei Videos gemacht, wo ich Call of Duty 2, ähm nein, World War II gespielt habe. Da habe ich auch mit Stimme aufgenommen. Ah, jetzt mal wieder Oldschool hier Call of Duty 2 am Start. Warte. Na, den haben wir leider nicht erwischt. So, was wollen wir nehmen? Ich halte den Nacken. Ich würde sagen, das hier. Lagen wir mal gemütlich nach, haben wir schon. Und gegen eine... Warte, das ist keine Mosin, ne? Gut. Denne Mosin. Oh ja, eine Mosin. Wir können echt einfach durchpushen. Welche Noob-Takt wie Multiplayer, so einfach Nades werfen, wenn es kritisch war. Ich glaube, wir machen mal einen Special Muff und... Ne, weg hier. ...kurz mal nachladen die Waffe und dann gehen wir zum Panzerfall. Leute, geht ein Turm zu mir? Ich wage es ja nicht. Ja, weg ist er. Ich bin doch... die russische Kampagne irgendwie... In Call of Duty 2 irgendwie voll... ja, voll langweilig. Ich habe, wo ich aufgehört habe, mit der Aufnahme von... ähm... ... jetzt mal selber, ach der Scheiße, Solo weitergespielt. Und dort habe ich... äh ja, ob ich so... britisch kann man... britischen Kampagne... ... vorgespielt, nicht vorgespielt und... ja, ist ja deutsch besser, ne? Hier soll alles so eintönig, mit Farben und alles... obwohl es hier wirklich damals abging... ... trotzdem nicht mein Fail, aber gut hier... Fail mit. Was sind alle weg? Ja, die sind alle weg. Das ist ein schönes Sniper. Ich würde irgendwie so wegschaupen hier. Da kommt Kepto, Kepto, ich glaube auch noch. Weg. Auch weg. Ja, geschafft. So, die Waffen, wo wir jetzt haben... glaube ich... ne, doch nicht. Das sollte für Sie erstmal reichen. Ohne Frage kommen Sie in ein paar Stunden zurück. Lass uns zum Bahngebäude zurückgehen, los! Äh, passt doch. Ich würde sagen, die Mission, wo jetzt kommt, machen wir auch noch. Und danach auch noch vorbei, aber die Mission machen wir auch noch. So, ja. Nächste Runde. Nächste Kampagnen-Mission, ehrlich gesagt. Machen wir gleich mal drei Nights in der... oder die führt wir gleich auf. Und bitte... Ja. Das hat sich jetzt wohl erledigt. Immer lieber noch da hin und da hin. Da lassen wir keine hin. Oh. Erstmal kurz eine Deckung nehmen. Komm mal weg hier. Ja. Tschüss. Ja, die Personen gefallen mir echt. Egal bei welchem Spiel. Die würde ich ungern immer weglegen. Und dann werfen wir sofort weg. Weil die einfach scheiße ist. Aber ich finde die eigentlich relativ cool. Äh, jetzt kommt er. Na, erstmal weg hier. Auch noch drauf gehen, weil... Liebe geht gleich die Tür auf. So, schieß nochmal drauf. So, weg. Komm, noch einmal. Perfekt. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm, schieß. Boxe, boxe, boxe doch. Boxe doch einfach, man. Ja, endlich. Ich soll nicht mehr drauf gehen. Und weg von mir. Na gut. Bitte lass das auch hin. Äh, gemengt sein. Gott sei Dank. So. Ich glaube, das war's jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also haut rein. Bis zum nächsten Video. Also, denk ich mir auch, wird Collifield 2 werden. Also, haut rein. Ciao.